Wir müssen wacher sein als in Quebele, wir müssen vor allem auch in der offensiven Reihe bei Ballverlusten wach sein, gutes Gegenpressing haben, um eben Konter früh zu unterbinden, um wirklich dominant zu werden und dann unser Tempo spielen zu können, brauchen die nötige Geduld, die unser Spiel auch auszeichnet, gepaart mit dem entsprechenden Tempo. Aber wir erwarten auf jeden Fall einen fleißig und kompakt verteidigenden Gegner, der sehr geradlinig und sehr zielstrebig Richtung Tor spielen kann. Natürlich wird noch genug Zeit sein, sich darauf einzulassen und das wollen wir dann auch, aber vorher steht morgen ein Training an, es steht nochmal ein Spiel an und unser Verständnis, das weiß die Mannschaft auch, das strahlt die Mannschaft auch aus bisher in all den Spielen, die wir gespielt haben. Es waren schon viel, zum Verständnis gilt volle Konzentration und volle Aufmerksamkeit und auch volle Wertschätzung für eine gute Leistung, eine Top-Leistung morgen. Das ist unser Verständnis und die beste Herangehensweise auch für das übernächste, das überübernächste Spiel ist, die nächsten Schritte ernst zu nehmen, sich nicht ablenken zu lassen. Das ist auch eine Aufgabe in so einer Konstellation wie dem Derby am Sonntag, aber wir fühlen uns der Aufgabe gewachsen. Wir werden keine Startplätze verschenken und keine Startplätze taktisch besetzen, um uns für Sonntag etwas aufzusparen. Niemand kann beweisen, dass sowas funktioniert, im Gegenteil. Deshalb werden wir eine Top-Mannschaft auf dem Feld haben, wir werden eine Mannschaft auf dem Feld haben, die unseren Anspruch untermauert, drei Punkte in der Euroleague zu Hause zu holen. Das ist auch eine große Herausforderung, die wir in der Euroleague zu haben.